Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Wir schauen jetzt hier wieder in Mamas Alt-Mujigan-Statulle rein. Da ist nach wie vor der Mythics Dewey drin. Dann sind wir direkt auch schon im Item Shop. Hier die Topped of Tire Box habe ich bereits in einem anderen Video vorgestellt. Das habe ich wieder ans Ende dieses Videos gepackt. Da könnt ihr dann, habt ihr dann direkt eine Verlinkung drauf. Topped of Wine, LARP, Bartenders Nord, Klaus Heisler, Beer-Tasting-Beer-Festival, Hank Hill. Mit diesen ganzen Combo Masteries. Das gleiche mache ich mit dem Video hier von der Spring Tire Box. Für den Spring Clash, der jetzt heute am Abend starten wird. Oder heute im Laufe des Tages. Benders, Ducklings, Cuddles, Luan, Platters, das Dinges, Sackzentmünzen, Lois Griffin, Criss Cross, Applesauce und diesen ganzen Kombos. Auch da das Video mit Tipps verlinkt hinten dran. Dann haben wir hier Epic Bob. Das Dr. Zoidberg Pack. Betrunken im Clam, Beer-Festival, Thunder-Cocktails, Mac Griffin, Oktoberfest Amy. Und dann sind wir auch schon bei den heutigen Items angelangt. Wir haben hier den Roach Coach Roger. Den schauen wir uns jetzt mal im Detail genauer an. Der Roach Coach Roger. Das ist dieser da. Eigentlich bin ich ein Roger Fan. Aber mit Sicherheit nicht von dieser Kombo hier. Mit dem Food Truck kommt der Roach Coach Roger raus. Mit einer Mauer Gas und mit einem, ja mit Heilen. Aber Food Truck ist schon echt übel. So, dann haben wir hier Hot Dog Eating Contest. Und das ist diese Kombo hier. Schauen wir da mal rein. Was ist das? Ähm... Jo. Chris Griffin. Können wir eigentlich auch schon gleich wieder maxen. Können wir mal schauen, was dabei dann rauskäme. Ein Chris Griffin mit Sportkarten. Gehen wir mal auf die Blurz Ball. Ja. Dieses Ding da mit dem Herz drauf. Das bedeutet, wenn eine... Dass du die Anzahl der Leben auf der Karte oder auf dieser Kombo hinzubekommst, wenn eine Kombo gespielt wird. Also hier dann 17. Dann hast du danach 82. Und dann hast du noch Cheers. Aber eben auch wieder mal eingeschränkt. Also dafür 500 Gems auszugeben ist auch völliger Nonsens. So, dann haben wir hier mal eine Professor Farnsworth Kombo. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Hier mit Doomsday Surplus. Und ich ahne, dass die hier in der Mythic-Version schon... Oh! Das sieht schon ganz anders aus. Antichrist Big Ass Gun. Doomsday Device. Purity Dads. Finger Gun Gale. Fraud Boy Terrorists. Mobile Oppression. Heat Packing Priest. Und da kommt dann halt auf der rechten Seite was raus. Was ziemlich übel ist. Muss ich echt sagen, Leute. Also so viel Gas. 27 Gas. Cripple All und eine Bombe. Das ist Hardcore. Also wer den Professor Farnsworth in der Mythic-Version haben sollte. Diese Kombo ist mega krank. Holt euch das Ding. Und am besten gleich, wenn es geht, drei Krönchen drauf. Weil das ist echt Hardcore. Ne? Definitiv. So. Und dann gehen wir noch zum Leg Man. Letzte Kombo. Für heute. Das ist diese da. Der Leg Man ist ein Roger. Auch wieder mit Waffenkarten. Jetzt gehen wir mal hier runter zum... Ja, wir könnten eigentlich erstmal bei der legendären Version nachschauen. Weil die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist, dass ihr die haben werdet. Also hier reicht leider nicht ganz bei Pantry Guns für richtige First-Hit-Qualitäten. Mit 20 Angriff und 18 Punch bis über 38. Ich sag mal so, 40 sollten das eigentlich schon werden. Dann wird es interessant. Und das reicht nicht. Wer den Mythic Roger hat, hier sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Hier hast du 48 im First-Hit. Also ja, habt ihr den Mythic Roger, dann holt euch da mal ein paar Krönchen. Habt ihr den nicht, dann würde ich jetzt persönlich die Finger davon lassen. Ich denke, da macht das dann tatsächlich keinen Sinn. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown. Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dann gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.